Herzlich willkommen bei der Firma Maisbrücker hier im Herzen von Durlach, das Traditionsunternehmen für Augenoptik und Hörgeräte, Akustik, Sehen und Hören. Mein Name ist Reinhard Fischbach, ich bin in vierter Generation hier tätig und freue mich dieses Unternehmen einfach weiterhin zu führen und auf dem aktuellen Stand zu halten. Mein Name ist Daniel Fischbach, ich bin jetzt seit 2012 mit im Unternehmen tätig und bin Augenoptikermeister und kümmere mich um die Brillenkunden. Die aktuellste Innovation im Bereich Augenoptik steht hier neben mir. Das ist das neueste Zentriergerät, mit dem wir die aktuellen hochtechnologischen Brillengläser perfekt für Sie zuschneiden können und Sie das optimale Sehen erreichen. Grundlage für eine optimale Brille ist ein ausführlicher Sehtest. Diesen führen wir mit moderner 3D-Technologie durch. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, vor Kauf einer Brille Gleitsichtgläser zu testen. Dieses Verfahren wurde mit Zeiss und uns entwickelt und wird weltweit nur fünfmal angeboten. Ein weiteres Thema, das uns in Zukunft sehr beschäftigen wird und das wir auch zu unserem Spezialgebiet gemacht haben, ist die Kurzsichtigkeitsprophylaxe. Deutsche Kinder werden immer kurzsichtiger und das kann in ferner Zukunft unser Gesundheitssystem sehr belasten. Deswegen gibt es präventive Maßnahmen, die wir treffen können, zusammen mit den Kindern, um die Kurzsichtigkeit einzudämmen. Nachhaltigkeit spielt für uns im Unternehmen eine sehr große Rolle. Dazu haben wir mehrere Maßnahmen bisher durchgeführt. Unter anderem gibt es bei uns seit Neuestem die Bohnenbrille. Eine Brille, die komplett nachhaltig aus einem schnell wachsenden Rohstoff hergestellt wird und quasi auf dem Kompost abbaubar ist. Wir haben seit über 50 Jahren Akustik in unserem Sortiment und waren damit auch einer der allerersten, die in Deutschland das überhaupt angeboten haben. Wir bieten in der Akustik alles an, von einfachem Schallschutz bis zu individuellem Schallschutz, von IDO-Geräten, ganz kleinen, fast unsichtbaren Hörgeräten, die komplett im Ohr verschwinden, bis hin zu der Bluetooth-Technik mit Akkutechnologie aus dem Hause Signia, ehemals Siemens, oder wenn es etwas mehr Komfort sein soll und etwas anspruchsvoller ist von der Versorgung her, von den kleinen HDO-Geräten, die mit einem externen Hörer verbunden sind, bis hin zu den klassischen Hörgeräten. Das ganze Sortiment von namhaften Herstellern aus Deutschland haben Sie bei uns zur Verfügung. Gerne können Sie zu uns vorbeikommen und einen kostenlosen, unverbindlichen Hörtest machen, um Ihr Hörvermögen zu prüfen. Im Rahmen einer Hörgeräteversorgung haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, mehrere Hörgeräte in der unterschiedlichsten Preis- und Leistungsklasse unverbindlich zu testen. Neben Brillen und Hörgeräten haben wir natürlich auch Kontaktlinsen im Programm und da bleibt kein Wunsch unserer Kunden offen, sei es die Tageslinse, die Monatslinse, die Zwei-Wochen-Linse oder die Jahreslinse. Alles haben wir im Programm. Als Highlight finden Sie bei uns die Schlaf-dich-Scharf-Kontaktlinse. Unterm Strich bedeutet das, abends die Kontaktlinse aufsetzen, die Nacht durchschlafen, morgens die Kontaktlinse absetzen und den ganzen Tag scharf sehen. Stolz sind wir natürlich auch auf unser Team und unsere Mitarbeiter. Zusammen kommen wir auf über 100 Jahre Fachkompetenz für Sehen und Hören. Wir machen mehrere Team-Events, unter anderem jedes Jahr einen Kalender für unsere Kunden mit Bildern, die unser Team gemacht hat. Diesen können Sie gerne kostenlos bei uns abholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017